Moin Moin und Willkommen zu Let's Play Together Super Mario und zwar mit mir und Pongamer 94 Du sollst die Leute nicht erschrecken Warum? Keine Ahnung, sie gucken doch zu und wir wollen die Leute nicht erschrecken Ach, die können auch auf 240p gucken Ich brauche kein HD Also können die auch wohl damit ein Halboment, das hat damit gar nichts zu tun Ne, eigentlich nicht Hm, links oder rechts? Ich will aber nach rechts Hey, dann gehe ich links Hm Wohin darfst du anfangen? Weil ich rot bin Oh Gott, ich kann das Spiel überhaupt nicht mehr Alter, ich sehe alles so stockweise Ja, bei mir Also ich kann dir schon versprechen, die Steuerung ist nicht ganz einwandfrei Nein, das meine ich nicht Auf einmal bist du links, auf einmal bist du rechts Jetzt bist du oben, jetzt bist du unten Ja, dann ist ja gut, dass ich aufnehme Hey, vielleicht wäre es auch andersrum Achtet mal da gleich drauf, wenn ich dran bin Wenn ich mal dran bin Niemals Ja, sicher Stirb Niemals Pass auf, da kommen Apfel Ach, scheiße, das ist nicht Ja, er erkennt so das Spiel komplett auswendig Ja, äh, hallo Yo Den kann nicht mal ich Ist doch wohl easy peasy, das muss man nur können hier Scheiße Ah, Leggy, ich komme da nicht hoch Scheiße Ja, siehst du, geht mir genauso Boah, schön gemacht Guck mal, er klatscht für dich Er springt für dich Oh nein Ja, 25 Mach nach Na, 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 na Na Ich habe sieben Leben, das musst du erst mal einholen Au Hey, wieso kannst du abhauen? Oh Okay, ich weiß, was du meinst Ist es bei dir auch so? Es geht Da fehlen ab und zu mal ein paar Frames Ah, alter Ich drück nach rechts Ich halt, ich, warte mal Ich renne Ich lass jetzt los Und er rennt noch ein paar Meter Ja, da muss man sich dran gewöhnen Das war bei mir auch so Holy Motherfucker Oh mein Gott Wie geht das? Ach ja So Warte mal, nee So? So, so Ah, Mann Ich komme aber überhaupt nicht mehr klar Hooray, thank you For rescuing me Mein Name ist Yonji On my way On my way to rescue my friends Bother Trapp Ich habe mir schon mal so rappt Hehehe 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 Yo Yo Hi, I'm Bother And I rap for my life So, ha ha, so frisst du Aha, so frisst du Das sieht so lustig aus manchmal Da fehlt dann zwei, drei Frames Ja, hoffentlich sind wir auch bei der Wir können das Ganze nochmal mit TCP versuchen. Das können wir gleich machen. Ja, gleich kommt ja eh der gelbe Switch Palace, dann können wir ja speichern. Stimmt. Guck mal, noch ein... Oh, doch nicht. Ah! Nein, nein! Der Maulwurf hat ihn erwischt. Nein, nein, nein! Yoshi! Yoshi! Oh, jetzt gibt's Rache. Äh, Rache? Rache. Ah, schön. Ah, nein, nein, nein! Oh, schön, richtig schön. Hopp. Jawoll. Ich glaub an dich, du schaffst es. Kann ich dich auch fressen? Yo! Hey, P-Switch! Und du... Huh? Oh, nein! Nein! Du hast es versaut. Du hast Yoshi alleine gelassen. Er wird jetzt in eine Ecke gehen und heulen. Wie such ich kein Yoshi. Egal, ich krieg Ringe. Ringe? In München ist doch fast das Gleiche. Ja, klar, dass du das in einem Loch isst und im anderen nicht. Oh, mehr Leben. Mehr München. Verdammt. Egal, ein neues Leben. Top das. Und jetzt wurdest du verarscht. Das ist in Wirklichkeit die Vorgängerversion von Kaiser Mario. Und jetzt würde eigentlich ein riesiger Bullet kommen. Eigentlich. Your progress will also be saved. Oh, das ist aber nett von euch. Ja. Also, äh, continue safe. Dann wollen wir mal kurz einen Schnitt hier machen. Jawohl. Ja, oder doch. So, weg der Aufnahme. Äh, warum auch immer. Also, weil wir halt nochmal neu starten mussten. Wirklich jetzt wieder dran. Und ich bin klein. Und es leckt stärker als vorher. Oh, das hört sich richtig schön dumpf an. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt ist es auf einmal wieder schnell. Ja, stimmt. Oh, jetzt fängt es wieder zu legen. Hast du irgendwas im Hintergrund auf oder so? Nein. Ich weiß es. Ich wüsste es nicht. Ich habe extra noch alles zugemacht. Warte, dann lass mich kurz nochmal überprüfen, ob auf Nischstock irgendwas offen ist. Also, jetzt geht's wieder. Ja, in der Zeit renne ich einfach mal ein bisschen weiter. Jetzt wird alles flüssig. Verdammt. Flüssig. Ja, jetzt wieder nicht. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe den Sound, den Dingens 5. Channel Sound deaktiviert, weil ich das auf der gleichen Taste wie das Aufnehmen hatte. Ah, verdammt. Bisschen auch mal aufnehmen? Ja. Okay. Boah, wieso läuft das an dieser Stelle bei dir so leckfrei? Oh, ich muss gleich nochmal lehnen, die Option von Fraps, die Taste anders belegen, sonst hört man halt nur die Hälfte. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Zum Beispiel, wenn du einen Pilz aufnimmst oder so, das hört man ja nicht. Dieses Blubblubblubblub. Ah, mit 26 bin ich immer noch höher. Okay. Dann wurde das wieder auf 0 gesetzt. So, äh... Gut, eben kurz Config, Sound... Nehmen wir mal lieber Key... Ich mach mal kurz die Aufnahmen aus. So, jetzt geht's wieder. Und kaum mache ich Fraps, dann gehen die Frames wieder runter. Mh, schöne Sache. Oh Gott. Jawohl, er hat die Pilze. Und man hat es sogar gehört, dass ich ihn aufgenommen habe. Und es bleibt alle sauber und schmierig. Wie Seife. Kommt hier nicht eigentlich nur so eine große Stachelkugel? Mhm. Hey. Doch. Dam, dam, dam. Pauki. Pauki, stirb. Heizen die so? Ja. Pauki, die Wüstenkatzen oder so. Ich mag die nicht. Nein, ich auch nicht. Okay, jetzt leckt's wieder. Mh. Aber warum? Ich weiß es verdammt nochmal nicht. Oh Gott. Das war jetzt wegen dem Leck. Jetzt läuft's wieder. Oh Gott. Oh Gott. Ha, ich schaff das noch. Schlappt's hier. Oh, ja. Ha. Nein. Verdammt. Bing. 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 Da, 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 da. Iggy's Castle. Oh, je. Welt 1. Oh, Leggy. 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 Ich wünsche dir viel Spaß. Oh Gott. Oh Gott. Oh my Gott. Oh my Gott. Shame this. Ah. Clop, clop face da. To me. Luigi. Oh my Gott. Nein, I don't want to die. No. What? Genau reingesprungen. Sollten wir nicht lieber wieder den Haken dran machen? Ja, vielleicht wäre UDP doch besser. Das Schloss schaff ich noch. Das schaff ich doch. Okay, dann eben mal was ändern. Und da sind wir wieder. So. Castle. Castlevania. Und da sind wir noch nicht mehr. Nichts. Und wo er legtes tun? Okay. Boah. Ähm. Also es ist immer noch nicht legfrei. Leider. Echt? Wollen wir doch alles sauber wie Schmierseife? Ach, da war die Verbindung. Tschüss. Oh, oh, oh. Du Cheater, du. Ja, der Halfway Point. Jetzt darfst du sterben. Jetzt darf ich hier anfangen. Gut. Oh, komm. Das war aber eigentlich ein Treffer. Eieieiei, ich gönn's dir nicht. Das wär's jetzt, wenn du noch bei Iggy verkackst. Hä? Hattest du jetzt auch so ein komisches Tüte-Geräusch? Ja, ja. Mir geht der normal. Du musst dir nicht in die Lava kicken. Ach, ja. Geschafft. Geschafft. Juhu. Oh, verdammt. Wie, jetzt muss ich den als kleiner fertig machen? Wie soll ich das denn machen? Ich hab Trauer in deiner Macht. Hättest du das auch nicht so geschafft? Aber ich hätt mich nicht ducken müssen. Sieht über styleisch aus. Wirklich, du Schwein, du. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Los geht's. Ach so. Nein, 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 nein. Falsch. Ja, ha! Mario Wins, Luigi Fails! Freu dich! Thank you! Bombe! Yay, wir reisen nun nach Donutland. Jetzt hab ich Hunger. Donutplanes! Wait! Nein, jetzt kriegt ihr die Feder vor mir. Feder? Feder. Hab ich da was von... Weh... Danke! Wer kriegt die Feder noch nicht vor mir? Oh, ich hab jetzt was zu trinken können! Oh no! Was soll das? Was hier rein? Ja, Bonusleben! Hm... 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 Ha! Erste Bonusleben! Was ist los, dass ich dich hasse? Ich hasse dich sogar noch mehr! Nein! Hehehehe! Nein! Nein! Ja! Einmal alles Bonus tue ich! Nein! Jawoll! Verdammt! Aw... Ha! Nein! Der winning Entscheid ist beschlecht! Baseball ist tot. Verdammt, 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 verdammt! Joshi, komm in meine Arme! Verdammt! Joshi, bleib' ich stehen, das ist ungut für mich! Wir sind mal wieder! Egal, nur noch einer ist da! Na! Pfff! Saug ihn, nein! Oh Gott, oh Gott! Yay, drei! Sag mal, was ist das hier für ne Leistung? Hey, und Joshi kommt mit! Arsch, kommt der mit? Hast du etwa das Wort mit dem M gesagt? Schäm dich! M? Ja! Oh mein Gott, warum krieg ich immer die Kack-Gegner ab? Weil du's verdient hast! Natürlich! Nimm den Secret Exit, der ist näher! Und leichter! Soll grad'n Warjump machen! Du solltest weniger ein Wann-A-Bas-The-Guy spielen! Weniger Super Meat Boy! Oder das! Nein! Knappe Sache! Schwerkraft! Ähm... Oh! Ein Münzsägen! Und in eine der Röhren da oben kannst du rein, da ist dann der Secret Exit! Secret Exit, Secret Exit! Ich... I want the Secret Exit! I... WANT THE SECRET EXIT! Du hast nur noch ein Leben! I... 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 Ich bin so böse! Ja, du bist richtig böse! Was? Ich... Du bist noch böser als... Captain Quark! Du bist aber noch böser als... Angela Merkel! Äh... Darauf bin ich jetzt nicht stolz! Uuuuh! Also gibst du zu, dass du noch böser als Angela Merkel bist! Ne! Schlimmer geht nicht! Aber ich bin böser als... Ähm... Rockefeller! Boah! Verdammt! Nein! Äh... Match Mario! Match Mario! Ups! Hier ist das Fade! Boah! Wir sind zu blöd für dieses Level! Das kann ja gar nicht sein hier! Kaiser Mario, here we come! Jao! Und dann noch mit den Bedingungen! Wo kommst du denn her? Ich hab hier eine Waffe! Ich hab eine Waffe! Du weißt schon, dass wenn du die zu lange in der Hand hältst, die dann wieder rauskommen! Das ist mir gerade aufgefallen, dass sie angefangen hat zu wackeln! Uuuuh! Das ist dieser Vorführeffekt! Wieso Vorführeffekt? Das guckt dir doch niemand zu! Außer ich! Ja, aber... So, ansonsten... Ostach mal! Oh ja! Ja, die Röhre müsste es sein! Nein, dann ist die grüne! Grüne Röhre? Nein, dieses auch nicht! Ich hasse Fledermäuse! Das ist diese? Sieht man ja in meinen The Legend of Zelda Parts, wie ich Fledermäuse mag! Mhm! Vor allem Feuerfledermäuse! Mhm! Ist das die? Nein, du hast sie schon verpasst, würde ich sagen! Dann musst du nochmal einen Exit nehmen! Der ist deutlich weiter weg! Oh! Du kommst mir gerade recht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube an dich, du schaffst das! Das denke ich auch! Oh! 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 Der geht nach ganz oben! Das sieht so aus! Oh! Oh! Du bist Game Over! Oh! 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 Egentisches Heulen! Scheiße! Wie kann ich dir das Leben geben? Ähm! Ah! Hier! Okay! Zwei Stück reichen mir! Das will ich hoffen! Ne! Wir sind zu blöd für das Spiel! Für das Level! Wir vielleicht! Aber einzeln würden wir es schaffen! Ja! Huh! Zusammen ist man meistens schlechter als im Team! Natürlich! Zusammen ist man schlechter als im Team! Mhm! Ich meine, alleine ist man... Ach, was auch immer! Ich hab Angst! Och, das war knapp! Das war nur Glück! Schabamm! Verdammt! Welches waren das? Verdammt! Ich meine, die grüne... Oh Gott! Oh fuck! Jetzt bin ich tot! Tja! Dragon Master Pound! Mh! Pound bei... Scrolling Level! Pound bei... Scrolling Level! Pound bei... Wop! An den denk ich nie! Ich hasse Scrolling Level! Mh! Ich mach jetzt so aus! Spin Jumps! Und mal normale! Wenn du's bis zur Feder schaffst... Dann lohnt es sich sogar! Woh! Woh! Das war aber knapp! Yay, eine Feder! Und jetzt dreht der vollkommen durch! I'm showing my spinning skills! Aha! Du meinst aber nicht das Spinning, was von Spinnen kommt, oder? Ach was! Spinning down! Spinning down! What? Ah, are you kidding me? You gotta be kidding me! Wow! Ne! Das war aber... Glück im Unglück! Wenn du wieder bei dem ganz Großen bist, dann musst du so lange warten, bis es wirklich ganz unten ist und dann einfach durchrennen und fängt das Scrolling irgendwie nämlich schneller an zu scrollen. Wenn du sagst...